Mein Süßer, wir ziehen echt zusammen. Ich freu mich so. Ja, Monika? Ups, ich dachte man sieht mich nicht. Hallo, da ist die Kamera, da stehst du. Das ist eine Linie. Alles right. Ich hab Liebeskummer. Du kannst einfach mein System übernehmen. Pass auf, du hast Liebeskummer wegen Mann A. Dann steigst du am besten direkt mit Typ B ins Bett. Hi, ich bin Josef. Leni. Um dann zu vermeiden, dass du wegen B Liebeskummer bekommst, suchst du dir natürlich so schnell wie möglich den nächsten A. Also Typ C. Meine Tasche hat sich verhakt. Bin jetzt kein Groupie oder so. Ich bin geil. Leni. Und hast sofort mit dem Sex. Und so weiter und so weiter und so weiter. Wann hat denn das ein Ende? Bin ich das ganze Alphabet durchgeschlagen? Bin ja schon mit einem Typ total überfordert. So und was ist bitte das jetzt? Das Klopapier? Ja. Wissen Sie, das benutzt jetzt schon seit über einer Woche, die Partyselfen von meinem letzten Geburtstag. Und schon wieder zu viele Details. Entschuldigung. Cyberbünen. Bin ich da richtig? Du denkst aber schon mal, wenn du dir da jemanden aus dem Computerkurs abschleppst, das doch Kondome benutzt. Machen wir ja wohl auch nicht immer. Vielleicht mach ich ja sogar einen Dreier. Wir sind natürlich nicht mit einem anderen Typen. Ich kann eine Freundin anrufen. Nee, aber ich will ja auch nicht mit einer anderen Frau. Du willst einen Dreier, aber ohne Sex mit deiner Frau oder einem anderen Typen? Nee. Aber was macht denn dann die dritte geschlechtsneutrale Person in deinem Traumdreier? Vielleicht irgendwas Schönes vorlesen. Ich wollte dir nur sagen, wenn ich gleich losgehe, falls du mich noch kennenlernen wolltest. Was machst du denn hier? Wir waren verabredet? Schon wieder? Sam, hat dir schon mal jemand den Tipp gegeben, dass das Leben nicht immer so läuft, wie man sich das vorher ausdenkt? Ist das so? Sie weiß es, Orakel. Ich hab wirklich nur einmal ganz kurz auf die Maus geklickt, aber ich glaube, ich hab das Internet gelöscht. Hast du morgen schon was vor? Ihr seid doch genau die unbumsbaren Arschnasen, von denen man früher nicht hat abschreiben dürfen. Arschnasen, von denen man früher nicht hat.